Hallo liebe Leute, ich wüsste Sie mir zu sagen jetzt von meinem Hinterwinter. Heute der Wie heißt deine Tochterwitz? Moment, ich bin mal weit. Also liebe Leute, ich wüsste Sie mir zu sagen, was jeden Tag. Heute der Wie heißt deine Tochterwitz? Und zwar ist er von das Ringste. Und er hat mich immer vielfältig geschickt, finde ich ja auch. Aber meine Mutter hat er nicht die beste Seite. Und ja, wie heißt deine Tochterwitz? Und da hat mich zwei Kollegen gefragt. Wie heißt denn deine Tochter, Paris? Und warum? Ja, wir nannten sie nach dem Ort der Erzeugung. Und wie heißt deine? Dixie. Und da hatten sich zwei Kollegen und dann fragte eine. Wie heißt denn deine Tochter, Paris? Und wieso gerade Paris? Ja, wir nannten sie nach dem Ort der Erzeugung. Und wie heißt deine? Dixie. Unter Erklärung. Die eine wurde in Paris gezeugt, gemacht. Und die andere heißt Dixie, weil sie im Dixico gemacht wurde. Da hatten sie Sex im Dixico und dann ist der kleine Dixie entstanden. Okay, zack, aber bitte abonnieren. Und dann können sie sich selbst herausfinden. Vielen Dank.